Ihr wollt, dass ich mir noch ein unsympathisches Video angucke. Auch wenn ich echt viele Insider und so nicht checke, was ich jetzt auch verstanden habe, was mir auch genug Leute unter das letzte Video geschrieben haben. Ich habe Sascha persönlich gefragt, ob ich das darf. Ich finde sowas ist mehr als verständlich, keine Ahnung was. Ich habe ihn gefragt, darf ich dazu Reaction machen, dies, das. Ja, darf ich. Wie auch so gut wie bei allen Künstlern habe ich auch da die Erlaubnis, weil ein paar Leute dann auch meinten, yo, Monte rastet dann aus, wenn Sachen benutzt werden von ihm in Videos oder so, keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, nachgefragt. Also, nicht erschrecken heißt das Ganze, ist am 3.11. rausgekommen. Ah, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es ein Halloween-Special ist, aber ist es nicht. Da, wo Gott zum Halloween war, kommt heute nicht erschrecken. Das heißt, Luca war mal wieder unterwegs und hat mir Clips zukommen lassen, in denen Jumpscares vorhanden sind. Ganz wichtig, an alle, die schwache Nerven haben, wir sollten uns erst wieder im nächsten Video wiedersehen. Wir gehen raus. Luca hat mir, beziehungsweise euch noch empfohlen, Kopfhörer aufzuziehen, einfach damit man sich auch erschrecken wird. Wenn man sich das Ganze ohne Kopfhörer anschaut, ist es sehr unrealistisch, dass man sich erschrecken wird. Ich muss auch zu meiner Person sagen, ich bin ein sehr schreckhafter Typ. Ich habe auch ehrlich gesagt... Ich auch. Ich habe zwar nicht viel Angst vor irgendwelchen Sachen oder Horrorfilme, gucke ich mir auch gerne an. Ich bin horrorsüchtig eigentlich schon fast, was Serien und Filme angeht. Aber so erschrecken tue ich echt wie sauer, Alter. Ich habe wenig Lust auf dieses Video. Dennoch würde ich sagen, erster Clip. Let's go. Ich gucke extra nach rechts. Nein. Das war so offensichtlich, Alter. Nein. Um nochmal zum Intro zurückzukommen. Ich bin eher kein schreckhafter Typ. Oh, das kenne ich. Oh, nee. Oh, ich kenne es. Ich kenne das auch, Alter. Das ist aus dem Anfang 2000. Ich glaube, das ist eine Kaffee-Werbung. Oder Energy-Drink oder so. Oh, nee. Oh mein Gott. Scheiße. Das Ding kennt man eigentlich von früher. Anfang 2000 oder so kam das Video raus. Oder 2010 oder so was. Und dann kam eigentlich so ein Horror-Face, glaube ich. Und hat mich erschrocken. Und jetzt haben sie einfach Knossi reingepackt. Oh, Junge. Okay, der war gut. Oh mein Gott. Ja, wahrscheinlich die Kaffee-Werbung oder die Energy-Drink-Werbung. Grüße gehen raus. Wir bleiben drin. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Es sieht schon so richtig horrormäßig aus. Oh nein. Kinderzimmer. Oh Gott. Ich will gar nicht hingucken. Augen zu. Oh nein. Da passiert... Es ist doch ein Witz, oder? Ist John Cena echt immer noch in, Alter? Ist John Cena echt immer noch so, so, so? Oh, es funktioniert halt wirklich. Ich weiß, was passieren wird. Ich weiß, dass da irgendwo der Jobscale kommt. Warum erschrecke ich mich denn noch? Warum erschrecke ich mich denn noch? Aber gerade mit diesem Stuhl und allem und auch mit dieser... Einfach die Atmosphäre. Ich... Ich hab... Ich hab einfach keinen Bock mehr. Oh Gott. Okay, ich hatte einen halben Herzinfarkt. Boah, das war ekelhaft, Alter. Also, das war wirklich ekelhaft. Boah. Ich hab wirklich so einen Lappen. Es ist unglaublich. Aber warum nimmt er immer seine Kopfhörer ab? Ich hatte eine leichte Gänsehaut. Eine leichte Gänsehaut. Aber jetzt... ...einmalige Sache auf diesem Kanal sein. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird gar nichts bringen zu kommentieren. Bitte noch eine Folge oder geschweige denn einen Daumen nach oben zu geben. Es wird eine einmalige Sache bleiben. Am besten finde ich echt die Titanic-Musik, Alter. Oh Gott. Würde ich da wirklich hingucken? Wie er da schon sitzt, Alter. Wie er da sitzt. Ich wusste es. Das war so... Das ist so offensichtlich. Ohne Scheiß, wenn die einen Pfeil nach oben links machen, dann ist doch klar, dass unten rechts irgendwas passiert. So. Leute, das war's mit Nicht-Erschrecken. Falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Es wird kein zweiter Teil kommen. Däumchen auf das Pläuzchen. Ja. Also wirklich erschrocken. Weil mich jetzt... Also, müsst ihr jetzt sagen. Hab ich mich wirklich erschrocken? Also, ich glaub... Ich glaub, bei diesem Gemälde, das fand ich echt eklig, so. Aber sonst hab ich vielleicht einmal kurz die Augen zugezuckt, oder so. Aber dass ich so weit nach hinten gegangen bin, Kopfhörer, ab und so. Ne? Ne? Vielleicht bin ich ein bisschen abgeärtet. Wenn ihr abgehärtet sein wollt, guckt auf gar keinen Fall Triangle. Das ist euren Kopf. Triangle ist ein Film, der hat mich fertig gemacht. Natürlich, dieses Mal gucken wir zu Ende, tut mir leid. Falls ihr diesen Kanal euch abonniert habt, könnt ihr jetzt gerne auf kostenfreie LR-Basis ein Abonnummer dalassen. Zum Glück ist Halloween erst wieder nächstes Jahr. Damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt... Apache, wieder voll am Sch... Ich drehe, ich mach da nicht mehr an. Ich mach da nicht mehr an. Ich schau mir nicht mehr an. Apache, der Beste. Soll dieses Video 2 Minuten 30 gehen, ist mir egal. Und ich hab noch so viel Jumpscare-Videomaterial. Ich guck's mir nicht an. Aus Prinzip guck ich's mir nicht an. Und ich schließe die Datei und ich will damit nie wieder... Ich werd mich sogar beim Schneiden noch erschrecken. Erschrecken. Ja, oh man. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.